Ja, meine Freunde, es ist mal wunderschön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zum erneuten Video hier auf diesem Kanal. Olivier Desmond, ich glaube, so spricht man ihn aus, ich bin mir auch nicht sicher. Wir nennen jetzt einfach mal Olli. Der gute Olli ist unser neuer Linksverteidiger, doch kein Balotouril, doch kein Lapoussin oder Lapoussant. Ich weiß auch nicht, wie man ihn ausspricht. Ja, es wird jetzt unser guter Olli, unser neuer Linksverteidiger, sozusagen der neue linke Schienenspieler. Man muss dazu sagen, er ist eigentlich kein gelernter Linksverteidiger, aber da kommen wir gleich zu zu sprechen. Ich bin sehr gespannt, was ihr zu sagen habt zu dem guten Kerl. Ist das für euch die Verstärkung, die ihr euch für Links gewünscht habt? Oder ist das auch ein Spieler, wo ihr gesagt habt, hätte ich lieber zum Beispiel Balotouril oder Lapoussant gesehen? Oder wie auch immer, was alles noch für Kandidaten genannt worden sind schon, als Gerüchte aufgetaucht sind. Jetzt ist es eben nochmal ganz anders. Und wir wissen ja auch, und das ist für gewöhnlich oftmals so, dass einfach gerade in den letzten Transfer-Tagen einige Sachen passieren, die man vielleicht vorher nicht so auf dem Schirm haben konnte, beziehungsweise einfach auch die Transferplanung nochmal in eine andere Richtung gehen. Jetzt zum Beispiel auch ein Verkauf von Niklas Völkug und Gruev, was zusammen auf jeden Fall wahrscheinlich über 20 Millionen Werder einbringen wird, ist schon eine Veränderung auf dem Markt, auch aus der eigenen Perspektive, um zu handeln. Das muss man dazu sagen. Gerne könnt ihr natürlich schon mal ein Däumchen nach oben dalassen und auch gerne ein Abo dalassen. Wir sind kurz vor den 22.000 Abonnenten, würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Und dann kommen wir zum guten Mann zu sprechen. Wir haben uns ihn heute Morgen im Video schon mal ein bisschen, ein Stück weit angeschaut gehabt. Der 23-jährige Belgier, übrigens auch belgischer Nationalspieler, zwar erst einen Einsatz gehabt, aber ist damit natürlich belgischer Nationalspieler. 23 Jahre jung im April geworden, 1,81 groß. Ihr seht schon, Hauptposition linkes Mittelfeld und wir sehen dann auch hier, wo er überall schon gespielt hat, links außen, links Mittelfeld, offensives Mittelfeld, Mittelstürmer, acht Spiele übrigens sogar als Mittelstürmer und rechts außen auch 13 Partien gemacht. Eine gute Sache ist schon mal, er kann sowohl scheinbar rechts als auch links spielen. Das heißt, wenn zum Beispiel auch ein Weiser sich mal verletzt, wäre er mit Sicherheit auch eine Option, ihn da auch mal auf rechts zu stellen. Kann aber ich auch schon mal sagen, er ist übrigens auch Linksfuß. Also wäre dann zwar auf der, ich sag mal, falschen Seite, wie man ja dann auch oftmals sagt, aber hat er ja hier eben auch schon gespielt. Was aber natürlich sofort auffällt, ist, dass er sehr, sehr offensiv eben gespielt hat und die allermeisten Spiele sogar wirklich auf links außen und rechts außen gemacht hat. Also die meisten Spiele auf links außen, dann links Mittelfeld und dann eben auf der rechts außen Position. Seine Gesamtstats hier bei Zerkle Brügge sind 93 Spiele, vier Tore und elf Vorlagen. Für einen eigentlich gewohnten Offensivspieler ist das jetzt gar nicht mal ganz so viel. 15 Scorer in 93 Partien. Auf der anderen Seite wurde er halt eben auch jetzt, ich glaube, in den letzten anderthalb Jahren hat vorhin jemand auch kommentiert gehabt, der die Belgische Liga mehr verfolgt, dass er dort eben mehr auf der linken Schiene auch eingesetzt worden ist, beziehungsweise dahin, ja, ich sag mal, umgeschult worden ist. Und somit kann man das jetzt auch nicht zu hoch hängen. Also in der letzten Saison hat er halt eben 30 Spiele gemacht, ein Tor und fünf Vorlagen erzielt. Das sind sechs Scorer in der letzten Saison in 30 Partien. Ja, das ist jetzt erstmal nichts, was einen komplett vom Hocker haut, sagen wir mal so. Müssen wir auch ehrlich sein. Aber ist jetzt auch, kann man jetzt auch nicht überbewerten, sagen wir mal so. In der aktuellen Saison hatte er fünf Einsätze bereits auch gemacht, aber ohne Tor und ohne Vorlage. Was aber gut ist, er hat eine komplette Vorbereitung gemacht und kommt auch aus einem laufenden Wettbewerb. Das heißt, er ist eben auch absolut drin. Schauen wir uns die Verletzungshistorie an. Dort ist er mit 23 Jahren noch sehr verschont gewesen. Und das sehen wir jetzt auch hier. Hat er nur eine Knöchelverletzung gehabt, wo er mal zwei Wochen ausgefallen ist. Das war's. Also das ist schon mal eine gute Nachricht, gerade für uns. Wir müssen ja auch immer mal auf Verletzungshistorien schauen. Ist das erstmal eine gute Sache. Alles in allem, wie gesagt, haben wir hier einen jungen belgischen Nationalspieler. Und der auf jeden Fall gelernter Offensivspieler zumindest ist, umgeschult worden ist, über die linke Schiene. Eigentlich das Profil, was Herr Werder grundsätzlich gesucht hat. Auch einen, der über die linke Seite so viel Offensivpower auch gibt wie Mitchell Weiser. Ob ihm das dann auch in der Praxis gelingt, sei mal dahingestellt. In der Theorie ist es auf jeden Fall ein Offensivspieler, der dieses Profil zumindest mal mitbringt. Ob das dann am Ende auch, ja, ich sag mal, gewinnbringend ist, werden wir sehen. Ich habe auch vorhin gesehen gehabt, ich weiß nicht, ob ihr die Presskonferenz geschaut habt. Dort hat auch Clemens Fritz, Oliver Dehmann, schon vorhin bereits bestätigt gehabt, dass er schon in Bremen ist. Und aller Vorsicht nach eben heute vorgestellt wird. Jetzt ist das Ding offiziell. Das auf jeden Fall hierzu. Also Fritz hat es bereits ja schon bestätigt gehabt. Das ist eine gute Sache. Es gab auch zwei, drei Leute, die gesagt haben, Dehmann, ja, das ist ja schon lange ein Werders-Profil. Und eigentlich ja schon fast frech, dass wir noch nicht vorher über ihn geredet haben. Das sehe ich ein bisschen anders, muss ich tatsächlich sagen. Für mich sah es zuletzt extrem eher danach, nach Balotoreos. Das war ein langes Hin und Her. Das wissen wir, glaube ich, alle, wie viele Artikel da überhaupt kamen. Allein aus dem italienischen Raum, wie viele Medien da kamen. Selbst Fabrizio Romano hat Bericht gehabt, dass Balotore zu Werder wollte. Aber scheinbar, so sieht es ja zumindest aus, ist man sich einfach finanziell nicht einig geworden. Das ist jetzt einfach nur mal der Fakt. Von Fritz Seite aus hat man das so jetzt ausgesprochen, dass man Oliver Dehmann schon länger beobachtet hatte. Dass das halt eben auch dieses Profil ist, was man holen wollte. Also da war auch nichts anzumerken im Sinne von, ja, eigentlich wollten wir Balotoree und das jetzt Plan B. Dennoch kann man es, glaube ich, schon sagen, dass Plan A war Balotoree. Und weil das eben nicht aufgegangen ist, er hat ja auch erwähnt gehabt vorhin schon, dass man in der Zwischenzeit hätte auch andere Sachen machen können, die dann aber auch weggefallen sind. Ich denke, dass man einfach lange gewartet hat, ob man bei Balotoree noch durchsprechen kann. Hat jetzt nicht funktioniert. Und deswegen hat man ihn jetzt am Ende geholt. Lapoussin hat ja auch Turm 4 gesagt. Ich glaube, dass er sich vorstellen kann, dass er kommen kann und, also dass das nochmal heiß wird, dass er am Ende der Woche aufschlägt. Das, denke ich mal, wird jetzt auch nicht mehr der Fall sein. Das hätte mich tatsächlich gerade sehr gefreut. Ich habe mich schon so ein bisschen damit angefreundet, dass er eigentlich kommt und nicht Touré. Jetzt muss ich sagen, weil viele auch jetzt gerade eben schon geschrieben haben, wie ich das denn sehe und wie ich das einschätze. Das ist für mich natürlich ein interessanter Spieler. Junger Spieler, auch Entwicklungspotenzial ist auf jeden Fall gegeben. Das heißt, schlägt der ein, wird der natürlich auch Mehrwert haben. Hat bereits ein Marktwert von drei Millionen erreicht in der belgischen Liga, was auch nicht so verkehrt ist. Dennoch ist es auch kein Transfer, der mich jetzt komplett aus den Socken haut, wo ich sage, alter Schwede, ist der geil. Das soll aber jetzt auch gar nicht zu negativ sein oder in irgendeiner Form despektierlich oder sonst was. Das ist jetzt einfach nur so mein Gefühl, sage ich mal gerade, was ich jetzt habe durch diesen fixen Transfer. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Könnt ihr gerne mal unten reinschreiben. Ich bin auf jeden Fall mal sehr gespannt, was der sich jetzt, bzw. wie er sich jetzt macht. Soll wohl morgen schon auf dem Trainingsplatz mit dabei sein und dann auch zum Kader gehören gegen Mainz. Vielleicht sehen wir ihn ja, vielleicht per Einwechslung, mit Sicherheit auch für Senne Linnen, eine gute Sache. Denn die beiden können sich auf jeden Fall mal blind verständigen. Davon kann man ausgehen. Dadurch, dass ja beide in Belgien letztes Jahr gespielt haben, auch wenn nicht beim gleichen Verein. So, das auf jeden Fall dazu. Jetzt schauen wir einfach mal, warten wir mal ab. Natürlich immer, wenn ein Transfer kommt oder wenn ein Spieler kommt, hat er auch erstmal ein bisschen, ich sag mal, Welpenschutz, Rückendeckung und kann sich beweisen. Und danach können wir immer noch urteilen. Für den Moment ist es erstmal eine spannende Lösung, aber kein Spieler, der einen aus dem Socken haut. So würde ich es jetzt erstmal formulieren. So, jetzt eure Meinung unten rein. Lasst sehr, sehr gerne nochmal ein Däumchen da oben da. Lasst gerne ein Abo da. Ich bin jetzt erstmal raus. Euer Nico und ciao.